Wir haben in einem kleinen Gruppchen ein bisschen GTA Online gespielt. In diesem Video könnt ihr sehen, wie ich alles und jeden in Tron zerstöre. Für mehr GTA Videos gerne ein Like da lassen. Viel Spaß. Ich kenne nur einen Ausweg. Komm mal her. Paul, komm mal her. Wo bist du? Ich kenne doch zwei Auswege. Ein Auto hat mich mit 180 kmh mitgenommen. Jungs, ich komme euch auch her. Was war das denn, Digger? Wir müssen erst mal die Cops einschütteln. Wie mache ich diese scheiß Sirene aus, Digger? Äh, Controller? Nee. Alter, habt ihr mich hops genommen? Fällst du immer noch nicht, komm rein. Ich habe keine Cops. Du bist Cops. Ich bin die Cops. Wie mache ich denn die scheiß Sirene aus? Eben. Sven. Wo bist du, seid ihr? Seid ihr unten oder oben? Ja, ich habe... ja, bis im Tunnel. Auf. Null da rein. Null. Komm doch her. Banjo. Was soll ich denn? Könntest mich? Ich schon. Jungs, ich... Du bist der Einzige, der weggefahren ist, ey. Da ist Milan. Danke. Danke. Was ist jetzt mit deinem Auto passiert? Warte. Wir sind auf Einsatz. Ja. Wir müssen Jakob fangen. Boah. 29 im Dienst. 29. 29. Du bist zu dieser komischen Garage gekommen? Ja. Oder? Ja. Für den gelb... Nein, nein. Zu... Zu... Beach. Oh, oh, nee. Ja, hier ist mein Vaterland. Für Vaterland. Ja, Bro, er weicht in mich aus. Was hast du denn für eine Aktion? Da kann ich auch nichts für. Hast du mal was? Du Moldfahrer mitgenommen? Weil da einfach so ein... So ein seelenloses Motorrad auf dem Boden lag. Ja, das ist... Danke. Passiert. Blatt 2. Ich habe einfach... Ach, Mann. Was denn? Ich habe das falsche Auto hergerufen. Oh, sorry. Du sagst, er wollte es nicht überfahren. Warum? Ich habe... Scheiß Auto. Mag ich nicht. Ey, perfekt. Auf der Decke gelandet. Ja, mein... Mein Rang wurde erhöht. Einfach, dass ich nichts gemacht habe. Ich schiebe Jakob jetzt weg. Ich muss ihn anrennen, um ihn zu schieben. Oh, habt ihr es gesehen? War gut. Schieb den mal ins Eck. Ja, kommt, seit schieben. Ins Eck. Oh, das war für gut. Oh. Oh. Der Tag hat sich tippen. Kommt ihr nicht wieder raus, oder? Da ist er für da. Yo, was hat das denn? Ich mache raus, TP jetzt. Ich lade meine Freunde an. Oh. Oh, fuck. Warte, ich komme. Los, wie komme ich wieder auf ein bisschen Scheiß? Entfernen gedrückt halten. Ich weiß nicht, wo du bist. Du... Entfernen gedrückt halten. Entfernen gedrückt halten. Ach so. Ja, das haben wir auch gefragt. Muss ja. Wie komme ich nie raus? Oh, ey. Entfernen gedrückt halten. Du bist aber im Chat gewesen, Mann. Ich lade mich nicht mal. Weil jetzt haben die Teams schon wieder. Sind wir jeder gegen jeden oder Teams? Was machen wir mal? Ich lade mich eben. Ach, aber nicht dahinter sind Autos und Ding und da darfst du nicht wie fahren werden. Ey, exakt. So. Jo, geht. Man kann hier den Filter anmachen, weil ich voll verarscht bin, ich will raus. Ich brauche ein Item. Wir sind hier Item. Ich möchte mein Knüppel. Oh, du bist so ein Wichser. Also, ja, das war Lost. Das habe ich genau gesehen. Was machst du denn da oben, Jakob? Den Nürnchen muss ich, glaube ich, direkt mal abholen. Ja, was machst du da? Oh, nein. Arme kill, jetzt go. Nee, Digga, man. Ich habe ein Triple-Kill. Oh, Mann. Voll Post aktiviert. Hallo. Da, ich sehe mich. Benjamin. Oh. Was, ich hatte das ja nicht bekommen? Der Bandhof hat mir den Arsch gefettet. Scheiße, Scham. Ja, cool, viel Spaß hier. Du, kleiner, komm. Okay, Bunnyhop. Bunnyhop, 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 Bunnyhop. Nein, komm schon. Nein. Ich bin in dich reingebohrt. Oh, what? Komm, lass mal Jakob die killen. Oh, nee. Oh, nee. Alle vier. Alle vier. Zeit, ich bin tot. Oh, ich habe einen richtig guten... Oh, was? Ich bin nicht mal reingefahren und ich bin explodiert. Verpisst dich, verpi... What? Ja. Oh, was? Ja. Ich bin da nicht drangestoßen und dadurch verreckt. Und ich bin tot jetzt, kann ich nicht mehr? Ja, es gibt nur sechs Leben vor Runde. Ach, Mann, kannst du nicht voll sagen. Oh, Gott. Oh, das sieht man doch. Oh, Gott. Oh, Gott. Was ist da passiert? Es war aber knapp. Oh, mein Gott. What the fuck? What the fuck? Scheiß Tron. Was? Was ist das denn? Oh, bitte nicht. Lass mich einfach nach rechts fahren. Oh, danke. Nein. Was? Was? Hallo? Das ist so eine Frechheit. Okay. Ah, danke. Nein, nein, verpisst dich. Nein. Oh, Mann, ich habe überlegt, ob ich nach links fahre. Du fixer. Ah, du wichst. 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 Ich habe jetzt noch nicht, aber fahre ich jetzt noch nicht raus. Oh. Hast du musakiert? Ja. Ah, okay. Ja, jetzt kommt gleich Sudden Death, oder? Nee, du hast du mehr Leben, oder? Nee, ich glaube, da kommt Sudden, oder? Ich weiß es nicht. Oh, ich glaube. Ah, okay. Ja. Ja. Entschuldigung, Alter, das war einmal so knapp holen. Aber... Ich zerstelle jetzt erst mal... Wer ist denn da gegenüber von mir? Wenn du mir nicht das Item lässt, dann target ich dich. Sag mir auch, wer will. Wer ist denn das? Jakob. Er ist ja viel früher da, als ich. Das ist ja absolut unfair. Nein, warum hast du es bekommen, ey? So eine Fächer, ey. Was macht ihr da? Aber warum machst du denn so ungeblinklich schnell, Alter? Der hat auf der Fächer zu fahren. Nein, ich bin auf der Fall. Oh, nee. Oh. Oh, wo kommt man so? Hi. Gott. Hi. Ja, keine Angst. Ein bisschen low, dass ich in deinem Ding... Du wichst da. Richtig, ich konnte ich gar nicht bringen. Ich habe in den Rückspiegel geguckt. Och, nö. Ja, der kommt ja von hinten, Junge. Ich wollte, wie viel habe ich denn noch? Ja, immer geht er immer gefälscht von euch. Das ist so ehrenlos. Jetzt ist es schlecht, Jungs. Ja, das ist wirklich. Nein. Recht, ich bin. Oh Gott, ich bin nicht. Als, als wenn du so viel Glück hattest und das noch machen konntest. Alter, heilige Scheiße. Ich wusste nicht, wie viel lebe ich noch ab? Oh, wo kommst du denn auf einmal her? Ja, wo bist du? Nee, Digger, verpiss dich. Du musst uns nicht mal in den Weg. Ich muss hier unten durch. Na, der rechts. Nee, Digger. Item, item, item. Item ist mal. Oh, 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 oh. Hä? Woher kommt der Tag? Oh, 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 oh. Ja, die haben wir anders da unten lang geschnitten. Nee, nee, niemals. Niemals. Verpiss dich. Nein, hast du es noch gesehen? Ich bin so schön aus... Holy... Ich hole dich jetzt. Achtung, Jump. Ja, man meint. Ich bin fett reingejumpft. Okay. In die scheiß Linie. Was war das denn? Hi. 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 Wahrscheinlich hast du da deinen scheiß Schutz verloren. Damn. Der ist ja so unerfreitlich, aber auch im nächsten Gelände. Boah, oh Gott. Gott. Holy... Jogi, was war das denn? Wo bist du? Was machst du da oben? Ich bin auch... Ich hab's gesehen. Was von... Ey, das ist so leckerlich. Oh, yo. Was war das denn? Jetzt kommt Thunder. Mhm. Ein Schaum, Milan. Hä, was ist das denn? Ich bin halt belastend, Mann. Wo bist du? Was ist das? Deine Linie war exakt in dem Thunderbird. Boah, geil, Mann. Wo ich rein musste. Ey, bin's doch nicht, Alter. Out of Map ist wirklich unangenehm gewesen. Ja, Mittelfinger. Bonә. Okay, lau-